Für diese Yoga-Praxis braucht es neben einer bequemen Unterlage, die uns Halt für die körperliche Arbeit bietet, auch eine gute Sitzunterlage, beispielsweise ein Kissen. Und es braucht eine Decke, die uns im Verlauf dieser Yoga-Praxis ein Polster nach unten bieten wird. Und wir beginnen in einem bequemen und aufgerichteten Sitz, der uns einlädt, für einen Moment die Augen zu schließen. Die Wege, die wir in dieser Yoga-Praxis beschreiten, sind in ihrer tieferen Qualität im Wesentlichen ein Spiegelbild des Lebensweges, den wir gehen. Auf diesen Lebenswegen und auf den Yoga-Wegen, die wir praktizieren und die wir gehen, gibt es immer Abschnitte, die uns herausfordern, die uns Kraft abverlangen, die uns allen klaren inneren Willen abverlangen, an Willen und die Kraft, sich diesen Ansprüchen und Herausforderungen zu stellen. Wir erfahren also in der Yoga-Praxis des öfteren Momenten, in denen es viel Kraft und Struktur braucht. Darüber bauen wir uns einen inneren Anker auf, der uns die Stabilität und ein tragfähiges Fundament verschafft, um dadurch mehr Sicherheit für die Yoga-Praxis zu erfahren und einen Anker zu erfahren und eine Orientierungshilfe zu schaffen, über die wir immer wieder uns in das Hier und Jetzt fokussieren können. Und dadurch können wir Selbstbestimmte aus uns heraus gestalten. Aus dieser Struktur und dieser Basis lassen wir dann etwas Lebendiges und etwas Freies entstehen. Und wir öffnen uns in ein Gefühl der inneren Weite und der Freiheit. Diese Erfahrungen führen uns in die Leichtigkeit und die Offenheit. Genauso gibt es auch Lebensabschnitte und Abschnitte in der Yoga-Praxis, in denen es uns gelingt, diese Leichtigkeit des Lebens zu genießen. Wege, die wie von selbst entstehen, die uns tragen und uns mit den Möglichkeiten und der Freiheit, die uns diese Lebenswege bieten, zu öffnen. Und so braucht es im Ideal beide unterschiedliche Qualitäten. Es braucht einen stabilen Anker, der uns körperlich und geistig als Orientierungshilfe und Halt dienen kann. Und daraus die Offenheit für das Wachstum und die inneren Weite, aus der sich heraus die Freiheit entfalten kann. Und diese Yoga-Praxis lädt uns ein, diese beiden Pole miteinander zu verbinden. Um uns auf diese Praxis vorzubereiten und einzustimmen, möchte ich dich bitten, dich zunächst zu fokussieren und in ein Gefühl der inneren Mitte einzutauchen. Wir gründen diese Mitte zuerst in der körperlichen Wahrnehmung. Wenn wir nun den inneren Blick zum Becken nach unten wenden, dann erblicken wir förmlich seine Auflagefläche zu den Unterlagen, auf denen wir sitzen. Und wenn wir uns dann einen Moment erlauben, dass die Schwerkraft uns nach unten in diesen Auflagebereich und diese Berührungsfläche zur Erde integrieren darf, dann können wir sehen, dass sich diese Fläche vergrößert. Das Becken darf also satt zum Bodenkontakt eintauchen und wir dabei spüren, dass wir von unten die Erfahrung und die Stütze und den Halt, der uns trägt, integrieren können. So darf dann aus diesem tragenden Fundament zur Erde nach oben ein leichtes Gefühl entstehen. Ein Gefühl, dass wir innerlich wachsen und uns aufrichten in unserer mittleren Achse, sodass diese sich streckt und vergrößert. Und dieses Streben nach oben, das geschieht weniger dadurch, dass es einen äußeren Impuls dafür bedarf. Manchmal arbeiten wir mit einem Bild, als würden wir an einem Faden nach oben gezogen werden und wie eine Marionette in den Fäden hängen. Ich möchte heute ein Bild eher von innen heraus entstehen lassen. Es ist etwas, das aus uns selbst heraus entsteht, dieses Wachstum und diese Größe. So darf der innere Raum sich vergrößern, indem der Abstand zwischen dem Beckenraum und dem Brustraum sich verlängert. Während mit einem Gefühl des nach unten geerdeten Seins das Becken schwer wird und sich verwurzelt, entsteht daraus ein inneres Wachstum nach oben. Dabei darf der Raum des Brustkorbs leicht werden und in diesem leichten und befreiteren Gefühl zwischen den Schultern nach oben hoch streben. Diese innere Leichtigkeit ist es, die uns ganz von selbst aufrichtet und in eine innere Größe streben lässt. Vom Becken bis hoch zur Krone des Kopfes und darüber hinaus. Wir fahren also ein tragfähiges Fundament zur Erde, über die wir mit der Mitte unseres Körpers, mit dem Beckenraum verbunden sind und öffnen uns daraus in eine innere Größe Achse nach oben. Und diese innere Achse der Stabilität, die uns aufrichtet, die uns nach oben leicht macht, dient dazu, dass wir in den Peripherien um diese Achse herum uns entspannen dürfen. Wir sind innerlich aufgerichtet und begegnen uns selbst in einer inneren Größe und dürfen äußerlich entspannt sein und durchlässig. Wir finden auch im Geist einen Zustand der inneren Mitte, tauchen dafür mit der Aufmerksamkeit und den Sinneseindrücken nach innen ein, spüren uns selbst, nehmen uns wahr im Hier und Jetzt, ganz fokussiert und ganz klar und deutlich und sind dabei doch auch offen für das, was in uns und in der inneren Erfahrung entsteht und sichtbar wird. Wir schauen uns die Gedanken an, wie sie uns begleiten, wie dieser Gedankenstrom entsteht, wenn die Gedanken zu uns kommen. Dort können wir sie betrachten, sie begreifen, um sie dann wieder loslassen zu dürfen und uns von ihnen zu verabschieden. Und so tauchen wir ein in einen Modus des Sich-Wahrnehmens, ohne energetisch zu viel zu wollen oder etwas zu erzwingen, sondern eher präsent und offen zu sein für das, was geschieht und entsteht. Und in diesem Modus des Beobachten und des Wahrnehmens wenden wir uns auch der Atmung zu. Spüren sie, lauschen ihr auf dem Weg durch den Körper, erlauben ihr bis in die Tiefe des Beckenraumes zu fließen. So darf uns die Atmung immer wieder zu uns selbst zurücktragen, auch in der Yoga-Praxis, die vor uns liegt. Wir schaffen im Ausatmen eine energetische zentrierende Mitte, die uns fokussiert. Und im Einatmen eine Möglichkeit des lebendigen Wachsens in eine innere Größe und Weite. Und nun möchte ich dich einladen, die Hände zum Herz zu bringen. Diese Mitte zu spüren vor unserem Herz, in dem die Hände sich berühren. Eine Gisse, die nicht umsonst vor dem Herz ist, da sie auch die Qualität des Herzens, seine Güte in diese Berührung tragen darf. Und hier auszuatmen und dann im Einatmen die Arme ganz weit und groß über die Seite nach oben zu öffnen, hoch über den Kopf, ausatmend die Hände zueinander zu bringen, zur Stirn zu senken, zum Mund und zurück zum Herz. Und sich einatmend wieder dieser Weite öffnen, den Raum um uns herum zu erfahren und ausatmend zurückzukommen bis vor das Herz. Hier anzukommen und die Augen zu öffnen. Und ich bitte dich in die Rückenlage. Und wenn du hier ankommst in der Rückenlage, dann stell die Füße bequem vor dem Becken auf, bequem und hüftgelenkbreit und relativ nah vor dem Becken. Die Arme legst du zur Seite ab. Und dann bring die Aufmerksamkeit in die Auflageflächen des Rückens. Die Schulterstruktur, die breit und satt ergründet nach unten. Die Berührungen des oberen Rückens, der Brustwirbelsäule nach unten. Und dieses kleine Luftpolster in der Lendenwirbelsäule im unteren Rücken. Also diese indirekte Berührung nach unten mit der Lendenwirbelsäule. Das wird sich jetzt ändern, wenn du beginnst dein Becken wie eine Schale einzukippen. So dass die Vorderseite, so dass das Schambein sich dem Bauchnabel annähert. Der Bauchnabel sanft nach innen zieht. Wir haben jetzt in der Vorderseite, in der Bauchdecke eine kleine Kompression und Enge. Und erfahren jetzt in der Rückseite die Lendenwirbelsäule satt und lang auf dem Boden aufliegend. Jetzt die Bauchdecke entspannen und das Becken wie eine Schale nach vorn kippen. Dabei weitet sich der Raum zwischen Schambein und Bauchnabel. Die Lendenwirbelsäule integriert nach oben. Sie löst sich von der Erde und lässt ein ganz natürliches Hohlkreuz entstehen. Das sorgt für eine kleine Kompression in der Rückseite und für Weite im Bauchraum. Es ist also ein abwechselndes Spiel aus Kompression und Länge. Und so lasst dieses Spiel entstehen. Immer im Ausatmen das Becken einrollen. Den Bauchnabel integrieren nach innen. Den unteren Rücken lang machen. Einatmen von der Anstrengung lösen. Das Becken nach vorn auskippen und entspannen. Und dass wir die nächsten Atemzüge fließen lassen. Wir bewahren diesen Fokus auf, der zentriert hat und der weite. Das eine bedingt das andere. Wenn das nächste Mal das Becken eingerollt ist und der untere Rücken sich an die Yogamatte geschmiegt hat, dann gibt es einen kleinen Schub mit den Füßen in die Erde. Das eingerollte Becken wird leicht. Es löst sich langsam hoch und wir rollen uns Wirbel für Wirbel durch den Rücken entlang nach oben. In die Perlenkette in Dvipada Pita. So hoch, dass wir nur noch auf den Füßen und den Schultergelenken selbst stehen. Unser Becken nach oben strebt. Wir beginnen vom Schultergürtel und rollen uns langsam Wirbel für Wirbel nach vorn zurück. Wir rollen den Rücken ab und ziehen die Wirbelsäule sanft in ihre Länge. Bis das Becken ankommt, sich setzt, dann es wieder eingerollt wird, nach oben zieht, den Rücken Wirbel für Wirbel nach oben rollt, bis zur Schulterbrücke und von dort der Weg zurück entsteht. Über ein langsames Abrollen Wirbel für Wirbel nach unten. Soweit, bis das Becken den Boden wieder gründet. Kippen hier das Becken sanft nach vorn. Rollen es für eine neue Runde wieder ein, saugen den Bauchnabel nach innen und lösen das eingerollte Becken hoch. Wirbel für Wirbel nach oben. Bis zum Brustbein, das sich erhebt. Und kommen zurück, rollen Wirbel für Wirbel nach vorn wieder ab. Das Becken senkt sich. Die Wirbelsäule kommt an. Wir halten innen, kippen das Becken nach vorn. Und lösen auf, rollen das Becken ein und heben uns hoch, nach einmal hoch in diese Schulterbrücke. Hier ankommt, verwallen wir. Orientieren die Füße nah vor dem Becken. Geben Kraft mit den Füßen nach unten in die Erde. Erfahren die Möglichkeiten, die die Arme haben dürfen. Wir können die Arme anwinkeln, sodass die Ellenbogen am Boden bleiben und die Fingerspitzen nach oben streben Richtung Himmel. Oder wir entscheiden uns dafür, die Arme lang abzulegen und die Finger miteinander zu falten und zu verschränken. Egal welche Variante es jetzt haben darf, wir ziehen ein Schultergelenk nach dem anderen unter den Rücken. Wir ziehen das rechte und linke Schultergelenk abwechselnd unter den Rücken und adduzieren die Schulterblätter zueinander. Es zieht die Schulterblätter aus einem Kraftaspekt zusammen. Wir bringen die Aufmerksamkeit zurück in die Auflageflächen zur Erde. Spüren noch einmal die Füße, ob sie stimmig unter den Knien aufgestellt sind. Wir geben Kraft mit den Füßen in die Erde und erfahren, wie dadurch das Becken Auftrieb gewinnt. Aus der Kraft des Kontaktes zur Erde wird das Becken leicht und strebt nach oben. Ähnlich können wir es auch im Schulterbereich erfahren. Wir drücken deutlich sanfter die Schultergelenke nach unten in die Erde, integrieren sie dort, ziehen die Schulterblätter zueinander und schaffen dadurch ein Gefühl von weiter in der Vorderseite des Brustkorbs. Aus der Stabilität der Rückseite und der Kraft nach unten, aus der Kraft, die uns trägt, die Kraft der Oberschenkelrückseite, der Gesäßmuskulatur und der Muskelstrukturen des Rückens, aus diesem zentrierten, kraftvollen Augenblick, der uns trägt, der uns Halt gibt in diesem Asana, entsteht in der gesamten Vorderseite ein Gefühl von Raum und Weite. Hier strecken sich zwei Achsen, eine Längsachse in der Vorderseite zwischen den Knien, den Oberschenkeln, dem Becken, der Bauchmuskulatur und den Rippenmuskeln, die sich auffächern. Diese Längsachse wird lang und eine Querachse wird weit, weit zwischen den Schultergelenken, den Schlüsselbeinen und dem Brustbeinen. Und wir atmen ein und tragen das Herz nach oben und atmen aus und entspannen es. Und dieses Erheben, das wir im Herz erfahren, entsteht aus der Rückseite, entsteht aus den Schulterblättern heraus, die wir nach oben ziehen und von dort das Herz nach oben einatmend erheben, sodass es leuchten kann und sich öffnen und entfalten kann und im Ausatmen entspannt wird. Einatmend nach oben wachsen, sich öffnen der Welt, ausatmend nach unten erden und stabilisieren. Tief atmen. Und wenn es mehr bedarf, dann gewichtet sich der linke Fuß, er drückt in die Erde, der rechte Fuß wird leicht. Wir ziehen das Knie heran zum Oberkörper und schieben den Fuß über die Ferse nach oben in die Welt, ziehen uns hoch, finden den Auftrieb in der rechten Seite, auch in der rechten Hüfte, drücken links nach unten und kommen wieder zurück. Senken den rechten Fuß nach unten, zentrieren uns mit Kraft über beide Füße in die Erde und wechseln, gewichten den rechten Fuß, machen einen tieferen Abdruck in die Yogamatte. Das linke Bein wird leicht, wir ziehen das Knie heran zum Oberkörper und schieben langsam die Ferse hoch in die Welt, hoch zum Himmel, drücken den Fuß mit einem nach oben schiebenden Gefühl zur Decke. Und schieben den rechten Fuß nach unten in die Erde, einmal tief nach oben einatmen, die linke Hüfte heben und im Ausatmen mit dem linken Fuß wieder ankommen. Hier sein, hier nachjustieren, der Atmung noch einmal Raum und Aufmerksamkeit schenken. Tief einatmen und mit dem nächsten Ausatmen langsam diesen Asana lösen, dafür erst die Arme an die Ränder der Unterlage bringen, dann die Schultern breit nach außen ziehen. Und jetzt ganz bedacht den Rückenwirbel für Wirbel nach unten abrollen, abrollen und nach vorn ziehen, den Rücken ganz lang nach vorn ablegen, das Becken ankommen lassen und hier verweilen. Spüren, wie die Erde Tragfähigkeit entwickelt, wie sie uns hält und empfängt. Wie die Anstrengung sich löst, wie nach unten entspannen und nach oben leicht werden und frei. Nach oben einatmen und uns der Atmung und damit auch den inneren Räumen öffnen und nach unten ausatmen und Halt finden und entspannen. Jetzt der Wechsel zu Arpanasana. Dafür die Knie heranziehen und umarmen. Und sich umarmen, sich annehmen und zufrieden sein, wie es jetzt ist. Und in dieser Umarmung mit kleinen, seit schaukelnden Bewegungen dem Rücken eine sehr schöne Massage schenken. Um dann aus Arpanasana die Füße wieder aufzustellen, jetzt das linke Bein lang ablegen. Die Ferse schiebt aktiv nach vorn und die Innenseite des linken Oberschenkels zieht nach unten zur Erde. Das linke Bein ist lang und kraftvoll. Das rechte Knie heranziehen zum Oberkörper. Das Knie selbst oder die Kniekehle mit den Händen umarmen. Und mit dem Ausatmen das rechte Knie zur rechten Flanke heranziehen. Linke Ferse wegschieben. Einatmend Abstand schaffen. Das Knie ein Stück nach vorn bringen. Und das auch hier im Atemfluss weiter entstehen lassen. Die linke Ferse nach vorn schieben. Die Kniekehle nach unten drücken. Die Innenseite des linken Oberschenkels nach unten ziehen. Diese Kraft halten. Und dann ein Gefühl des Dehnen spüren, wenn im Ausatmen das rechte Knie ganz nah herankommt. Und mit dem nächsten Einatmen die Seite wechseln. Den linken Fuß aufstellen. Das rechte Bein ablegen. Über die Ferse weit nach vorn schieben. Die Kniekehle nach unten drücken. Die Innenseite des linken Oberschenkels nach unten ziehen. Diese Kraft halten. Die Länge im Bein halten. Das linke Knie heranziehen. Knie oder Kniekehle umarmen. Und ausatmen. Das linke Knie zur linken Flanke heranführen. Einatmend den Abstand nach vorn schaffen. Und hier im Atemfluss weiterarbeiten. Und spüren, wie mit dem Ausatmen der rechte Oberschenkelansatz eine ganz sanfte Dehnung erfährt. Und sich diese Dehnung im Einatmen löst. Wenn das linke Knie nach vorn führt. Ein neuer Zyklus. Mal ganz nahe das umarmte Knie heranziehen. Ganz nahe verbunden sein. Und einatmend beide Füße lang ablegen. Beide Beine lang ablegen. Die Beine entspannen. Die Daumen verhaken. Und die Arme nach hinten ausstrecken. Über den eigenen Körper hinaus wachsen. Einatmend die Fingerspitzen nach hinten ziehen. Die Füße strecken. Die Zehen nach vorn schieben. Ganz lang werden. Ausatmend entspannen diese Länge. Einatmend aus der inneren Mitte wachsen. Über die Füße nach vorn. Über die Zehenspitzen nach vorn. Über die Fingerspitzen nach hinten. Ausatmend entspannen und lösen. Und ein letztes Mal. Einatmend aus der inneren Mitte wachsen. Nach vorn und nach hinten. Noch größer werden. Über den Körper hinaus strecken. Ausatmend ganz genüsslich in diese Größe entspannen und loslassen. Dann die Füße wieder aufstellen. Und einen eigenen Weg zum Vierfüßler finden. Hier ankommt im Vierfüßler einen guten Kontakt mit den Händen zum Boden schaffen. Die Knie-Hüft-Gelenk-Breit. Und nun wieder in die Erfahrung eintauchen und aus dem Inneren heraus Bewegungen ergründen. Bewegungen, die jetzt gut sind, die es braucht. Ein Katzenbuckel, ein Pferderücken, ein Schlängeln, ein Bewegen und Kreisen des Beckens oder der Schultergelenke. Etwas entstehen lassen. Nichts Besonderes wollen, nicht strukturieren, nicht planen, nicht überlegen, sondern sich dem hingeben, sich dem öffnen, was jetzt an den Impulsen entsteht und diese Impulse zulassen und in äußere Bewegungen transformieren. Dann dieses genießende Bewegen, dieses Räkeln in den abwärtsschauenden Hund integrieren. Hier ankommen, sich hochstrecken, sich den Bewegungen hingeben, laufen und räkeln. Und dann aus diesem Bewegungsfluss langsam ankommen. Die Hände satt und aufgefächert in die Unterlage gründen, nach unten schieben. Dann die Fersen hochziehen. Ganz hoch. Jetzt die Beine strecken. Wenn die Beine lang sind, dann die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten hoch schieben. Das ist eine kleine Innenrotation der Hüftgelenke. Es belassen dabei und die Außenseiten der Fersen nach unten ziehen. Die Rückseite spüren, wie sie sich streckt. Dieses Gefühl von Größe auch dem Rücken schenken und das Becken aktiv hoch schieben. Die Hände in den Boden schieben. Lang werden. Die gesamte Mittellinie des Körpers ist gestreckt und gedehnt. Und jetzt die Arme und Beine sanft zur Mittellinie des Körpers ziehen. Mit den Beinen einen imaginären Yoga-Block drücken. Mit den Armen aufeinander zuziehen. Diese Kraft in der inneren Struktur spüren. Sie mitnehmen. Einatmen in den Liegestütz in Shatudasana. Und langsam über den tiefen Liegestütz Shatudanga Dandasana zum Boden ablegen. Hier eine kleine Rückbeuge. Nichts hoch. Jetzt den linken Unterarm parallel nach vorn aufstellen. Das linke Bein lang ablegen. Die Innenseite des Oberschenkels nach unten ziehen. Und das Becken sanft einrollen. Dafür das Steißbein, also die Verlängerung der Wirbelsäule, zwischen den Beinen nach unten Richtung Boden schieben. Die Länge im unteren Rücken spüren. Gleichzeitig spüren, wie die Bauchmuskulatur eine ganz sanfte, tonisierende Erfahrung macht. Es so lassen. Jetzt sich dem rechten Bein zuwenden, im Gespür das rechte Knie beugen. Die Ferse Richtung Gesäß ziehen und mit der rechten Hand den Fußspand greifen. Rechte Hand greift den Fußspann. Die Zehen des rechten Fußes aktiv, eventuell aufgefächert. Aus dem linken Unterarm aufrichten den Oberkörper und jetzt mit etwas mehr Kraft den rechten Fuß gegen den Widerstand der Hand nach hinten schieben. Spüren, wie der Fuß nach hinten schiebt, wie ein Zug am rechten Arm entsteht, der die rechte Schulter zurückführt und den Oberkörper passiv aufrichtet. Dieses Aufrichten also entstehen lassen, dem Herz weite schenken, in die Vorderseite atmen, einatmen, sich etwas höher ziehen und ausatmend lösen, den rechten Fuß nach hinten ablegen und beide Hände an die unteren Rippenbögen setzen, die Schultern weich zurückrollen, die Hände und Füße aufeinander zuziehen, einatmend nach vorn hoch in die Cobra, Bujangasana oder den aufwärtsschauenden Hund Ardha Mukha Svanasana und dann der abwärtsschauende Hund Adho Mukha Svanasana mit Kraft dorthin zurückschieben. Tief durchatmen, rakeln, Bewegungen genießen, den Raum zu lebendigen Bewegungen entstehen lassen und jetzt das rechte Bein heben, die rechte Ferse wegschieben, sich strecken, wachsen, die Hände in den Boden schieben und gut erden, rechte Ferse ganz weit im Einatmen nach hinten hochschieben und ausatmend den rechten Fuß, einen Ausfallschritt nach vorn, den rechten Fuß auf Höhe der Hände positionieren, zu Asshvarsamchalasana, dem Reiter. Hier im Ankommen die Innenseite des linken Oberschenkels nach oben ziehen und dann das Becken zwischen den Beinen nach unten schmelzen lassen. Einatmend die Innenseite des linken Oberschenkels heben, ausatmend das Becken schwer machen und es nach unten erden. Einatmend die Füße sanft aufeinander zuziehen, die Beinmuskeln zum Becken ziehen, das Becken etwas heben, die Innenseite des Oberschenkels heben, ausatmend die Füße voneinander wegfließen lassen und mit mehr Schwere das Becken nach unten erden. Jetzt das linke Knie auf eine Decke polstern und ablegen. Den linken Fuß entweder aufstellen oder lang im Fußspann ablegen. Der Unterschied ist im Wesentlichen eine Erfahrung im linken Knie. Das, was hier dem linken Knie besser gefällt, das entstehen lassen. Den Fuß also aufstellen oder ablegen und das ist bei jedem unterschiedlich. Mit dem nächsten Ausatmen das rechte Knie beugen. Dabei erfahren, dass das Becken sich nach vorn sinken lässt. Einatmen, eine kleine Wegstrecke mit dem Becken wieder zurück. Ausatmen, ganz in Ruhe nach vorn mit dem Becken eintauchen, rechtes Knie beugen. Und das in der Atemwahrnehmung aufgreifen, atmen und bewegen miteinander vereinen. Und der Fernweh im Ausatmen, der linke Oberschenkel im Ansatz dehnt, sich die Leiste ganz sanft öffnet. Und langsam wieder zurück mit dem Becken. Den rechten Fuß bewusst erden, Halt nach unten geben, eine Basis schaffen und jetzt beide Hände langsam auf das vordere Knie oder auf den Oberschenkel aufstrützen. Den Oberkörper aufrichten und Halt finden. Halt nach unten. Ausatmen, ausatmen nach unten, denken und fühlen und erden. Einatmen, ganz sanft nach oben wachsen. Ausatmen, das vordere Knie beugen und mit dem Oberkörper nach vorn eintauchen in die Öffnung der linken Leiste. Und wir atmen ein und ziehen uns wieder ein kleines Stück zurück. Tauchen noch einmal ausatmend nach vorn tief ein und kommen hier an. Verweilen hier. Spüren, wie die Leiste sich dehnt. Kommen wieder ein Stück zurück. Winkeln jetzt das linke Knie weiter an und ziehen langsam die linke Ferse zum Gesäß. Greifen mit den Händen den Fußspann. Atmen aus, tauchen noch einmal sanft nach vorn ein. Dehnen und öffnen die linke Leiste. Fächern die Zehen auf und kommen einatmend langsam wieder ein Stück zurück. Ausatmend wieder sanft nach vorn lehnen und sich hingeben. Und hier bleiben. Hier eintauchen in diese Öffnung. Jetzt die linke Hand bitte am Rand der Matte abstellen. Die rechte Hand hat den Fußspann gegriffen. Die rechte Schulter langsam nach hinten anlehnen. Sich ganz behutsam aufdrehen nach rechts. Sich nach hinten anlehnen im Schultergürtel. Es atmen lassen in die Rückseite, sich hier im Halt spüren und dann das Herz nach oben tragen. Es nach oben öffnen, es leuchten lassen und ganz viel Raum, ganz viel Weite in der inneren Seite schaffen. Auch hinter dem Herz, es nach oben tragen, einmal tief atmen und langsam wieder zurückkehren. Beide Hände erden, den hinteren Fuß aufstellen, das Bein langsam strecken und einen Weg zurück in den abwärtsschauenden Hund laufen. Hier ankommen, hier sein, hier spüren und atmen und sich der Bewegung öffnen. Einatmend einen Weg nach vorne in den Liegestütz Shatudasana. Ausatmen über den tiefen Liegestütz Shatudanga zum Boden ablegen. Eine kleine Rückbeuge. Jetzt den rechten Unterarm parallel zu dir nach vorn. Das rechte Bein lang ablegen. Die Innenseite des Oberschenkels nach unten ziehen. Das Becken sanft einrollen. Das linke Knie beugen. So wie das Knie sich beugt, so greift die linke Hand bedacht nach hinten. Greift den Fuß spannen. Die Zehen fächern sich auf und mit Kraft schiebt der linke Fuß gegen den Widerstand der Hand nach hinten. Der linke Arm wird lang. Er zieht die linke Schulter zurück und dabei erhebt sich der Oberkörper nach vorn hoch. Unterstützt vom rechten Unterarm, den wir nutzen, den wir integrieren nach unten und mit dessen Hilfe uns weiter nach oben aufzurichten. Hier ankommen in Ardha Danurasana, dem halben Bogen. Er entsteht nicht über die Kraft des oberen Körpers. Er öffnet sich über die Kraft des Beines. Der Fuß, der nach hinten schiebt, der den Arm zurückzieht, einen Bogen spannt, eine Sehne spannt. Die linke Schulter zieht sich zurück und dann öffnet sich die Vorderseite. Wir tragen sie nach vorn hoch, dehnen sie, schenken uns einen inneren Raum, atmen in diesen Raum. Atmen ein, ziehen uns etwas höher und atmen aus und kommen wieder zurück nach unten. Lassen das linke Bein ausgleiten. Stützen beide Hände auf Höhe der unteren Rippenbögen auf. Rollen die Schultern weich nach hinten. Atmen ein, ziehen uns nach vorn hoch. Atmen aus, zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier wieder in diesen Moment ankommen. Hier und jetzt eintauchen. In die Bewegungserfahrung. In das, was entsteht, was sich entfaltet. Das, was es bedarf. Ankommen, erden und das linke Bein heben. Die Hände in den Boden schieben. Die linke Seite ganz lang hochstrecken. Die Ferse hinausschieben in die Welt. Einatmen, strecken, strecken, strecken. Ausatmen, die Fersen wegschieben. Und jetzt mit dem linken Fuß einen großen Ausfallschritt nach vorn zwischen die Hände. Die zweite Seite von Asvasamchalasana. Das rechte Bein gestreckt. Der rechte Fuß aufgestellt. Die Innenseite des rechten Oberschenkels nach oben ziehen. Spüren, wie das rechte Bein sich länger streckt. Diese Aktivität belassen. Und das Becken zwischen den Beinen genussvoll nach unten schmelzen lassen. Im Einatmen die Innenseite des rechten Oberschenkels hochziehen. Die Füße aufeinander zuziehen. Das Becken etwas erheben. Im Ausatmen es schwer werden lassen und die Füße auseinander fließen lassen. Für einen Moment in diese Bewegung eintauchen. Einatmen. Kraft nach oben führen. Ausatmen. Gewicht nach unten abgeben. Noch ein Atemfloss. Und dann das rechte Knie langsam auf dem Deckenpolster aufstützen. Der rechte Fuß entweder aufgestellt oder lang abgelegt. Je nach Wunsch des rechten Knies. Im Ausatmen erfahren, wie das Becken nach vorn eintaucht, wenn das linke Knie sich beugt. Einatmen. Das Becken etwas zurückziehen. Und spüren, wie die Dehnung nachlässt. Auch hier in den Atemfloss eintauchen. In den Atemfloss eintauchen. Ein kleines Stück zurück. Den linken Fuß gut am Boden gründen. Kraft nach unten geben. Dann die Hände lösen. Auf das Knie oder auf den Oberschenkel aufstützen. Und den Oberkörper langsam aufrichten nach oben. Wieder neu mit dem Ausatmen. Mit dem Becken nach vorn hineinschmelzen. Sich anlehnen nach vorn. Einatmen. Einatmen. Wieder zurückführen nach hinten. Nach einmal nach vorn ganz tief eintauchen. In das Öffnen der rechten Leiste. Und wir atmen wieder ein und hoch nach oben. Hier ankommen. Das rechte Knie beugen. Die rechte Ferse zum Gesäß ziehen. Und ganz langsam mit einer Hand nach der anderen den rechten Fußspann greifen. Die rechten Zehen aufgefächert. Ausatmen. Wieder nach vorn eintauchen. Die Ferse Richtung Gesäß ziehen. Die rechte Seite öffnen. Einatmen. Ein Stück zurückkommen. Ein zweites Mal ausatmend nach vorn beugen. Sich anlehnen. Ganz tief. Ganz frei nach vorn. Einatmen. Wieder nach hinten hoch. Jetzt die rechte Hand an der Außenseite der Unterlage aufstützen. Linke Hand immer nach den Fuß greifend. Die Zehen aufgefächert. Die linke Schulter ganz langsam nach hinten zurückführen. Mit dem gesamten Oberkörper langsam nach links aufdrehen. Dann in den Schultergürtel nach hinten anlehnen. Sich richtig nach hinten verneigen. Sich anlehnen. Halt finden. Und jetzt aus diesem Halt der Rückseite das Herz langsam nach links hoch tragen. Es nach oben einatmen. In eine innere Weite. Und an sich öffnen. Sich hingeben. Und im Ausatmen die Anspannung lösen aus der Rückseite des Herzens. Einatmen nach einmal nach links hoch schrauben. Und ausatmen langsam auflösen. Beide Hände wieder zurück zum Boden. Den linken Fuß gut erden. Den rechten Fuß aufstellen. Das rechte Knie langsam lösen. Das Bein strecken. Und einen bedachten Weg zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier ankommen. Bewegen. Genießen. Erfahren. Bewegungsräume entstehen lassen. Einatmen nach vorne in einen Liegestutz. Ausatmen langsam und bedacht zur Erde ablegen. Einatmen. Eine Rückbeuge. Die Kobra. Oder den aufwärts schauenden Hund. Ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Hier da sein. Einatmen. Rechte Ferse nach hinten hoch schieben. Ausatmen. Ein weiterer Ausfallschritt nach vorne in den Reiter. Hier ankommen. Das linke Knie auf das Beckenpolster, auf das Deckenpolster senken. Linkes Knie gut erden. Den hinteren Fuß entweder flach oder aufgestellt. Den rechten Fuß in die Erde integrieren. Halt finden. Kraft nach unten integrieren. Und daraus den Oberkörper langsam nach oben aufrichten. Hier beide Hände an die Hüfte integrieren. Nach einmal nach unten denken. Ein Fundament aufbauen. Nicht nur im Kontakt des vorderen Fußes zur Erde. Auch in der Struktur des Beckens. Das Becken einrollen. Das Schambein heben. Den Beckenboden schließen. Und es als Anker der Körpermitte stabilisieren. Einen imaginären Reißverschluss einer Hose vorstellen. Und diesen imaginären Reißverschluss über die Bauchmuskulatur hochziehen und schließen. Aus diesem Halt, aus dieser Struktur und dieser Basis jetzt umso leichter, umso lebendiger nach oben wachsen. Dafür mit dem Oberkörper leichter nach oben räkeln. Sehen und vorstellen, wie die äußeren Flanken des Körpers sich aufrichten. Wir sie zwischen den Schultern nach oben fließen. Den Brustraum leicht machen lassen. Den Beckenraum stabilisieren. Hier atmen. Die Hände ein Stück nach hinten versetzen. In den hinteren Bereich des Beckens oder an die Lendenwirbelsäule. So wie wir jetzt beide Ellenbogen hinter uns aufeinander zuziehen, so ziehen sich die Schulterblätter zusammen. Sie nähern sich kraftvoll an. Sie adduzieren sich. Wir saugen jetzt die unteren Schulterspitzen in den Rücken. Die Spitzen der unteren Schulterblätter in den Rücken nach hinten und innen hochziehen. Wir saugen sie dort fest. Wir erfahren eine Kraft, die die unteren Spitzen der Schulterblätter nach innen in den Rücken, in den Brustkorb integriert. Und von dort aus diesem Halt, aus dieser berührenden Struktur heraus das Herz sich nach vorn hoch begleitend fühlen darf. Die Rückseite gibt uns Halt, um von dort unser Herz nach vorn hoch zu tragen. Auch hier entsteht die innere Weite, die wir uns schenken. Und es atmet unser Herz in diese Weite. Und für all das gibt uns die Rückseite Stabilität und Kraft. Das ist eine reine Bewegung der Brustwirbelsäule. Und mit der Gewissheit, dass wir in uns selbst, in unserer Rückseite jetzt die Sicherheit finden dürfen, gehen wir einen Schritt weiter, finden mit der linken Hand einen stabilen Haltepunkt. Dann die rechte Hand an den Hinterkopf anlehnen und ganz vertraut und mit einem geborgenen Gefühl den Kopf in diese Berührungsfläche hinein sinken lassen. Die unteren Spitzen der Schulterblätter im Rücken nach innen hoch führen, um der Vorderseite, dem Brustraum und dem Herzen weiter zu schenken. Nun langsam das linke Knie beugen, das Becken nach vorn eintauchen lassen. Und so wie das geschieht, so schenkt es uns noch mehr Freiraum nach hinten. Wir lehnen uns langsam und bedacht weiter zurück, vertrauen dem Halt unserer Rückseite, tragen unser Herz immer höher und bringen den Blick nach oben oder sogar über uns nach hinten. Wundern uns nicht, sondern freuen uns über die Möglichkeiten, die wir in uns entdecken. Atmen in diese Räume, in die inneren Räume und in diese Möglichkeiten hinein. Und kommen aus dieser intensiven Erfahrung des Öffnens und des Vertrauens langsam wieder zurück, richten uns nach oben auf, bringen die Hände zurück an den Oberschenkel, ergründen dann mit ihnen den Kontakt zum Boden. Und dieser Kontakt führt uns bedacht zurück in den abwärts schauenden Hund. Und hier ankommen, hier bewegen, sich hier hingeben, dann die Außenseiten der Fersen senken, das Becken hoch schieben, die Hände den Boden schieben, mit dem Herz weich nach unten schmelzen. In die Rückseite einatmen, sie wieder weich werden lassen. Ausatmen, das Herz nach unten schmelzen lassen. Noch einmal die Rückseite einatmen und aufwächern. Ausatmen, das Herz nach unten schmelzen lassen. Die Fersen senken. Einatmen, ein Vinyasa, ein Liegestütz nach vorne, Shatudasana. Ausatmen, Shatudanga Dandasana oder die Bauchlage. Einatmen, Bujangasana, die Cobra oder Adamokasvanasana, der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, in den abwärts schauenden Hund, Adamokasvanasana, zurückschieben. Einatmen, die linke Ferse heben, weit weg schieben, die Zehen heranziehen. Ausatmen, die rechte Ferse senken. Ein zweites Mal im Einatmen, die Hände den Boden schieben, linke Ferse weit hoch ziehen. Und ausatmen, den Fuß nach vorn schwingen, in den Reiter. Ein weiterer Ausfallschritt nach vorn. Im Ankommen, das rechte Knie auf das Deckenpolster senken. Den hinteren Fuß aufstellen oder ablegen, je nach Wunsch des rechten Knies. Den linken Fuß spüren, seine Auflageflächen erden. Kraft und Halt nach unten in den Boden schicken. Und von dort nach oben aufrichten mit dem Oberkörper. Hier ankommen, beide Hände an die Hüfte integrieren. Und wieder nach unten denken und ein Basisfundament nach unten aufbauen. Dafür die Beinmuskulatur ganz sanft Richtung Becken ziehen. Das Becken als Mittelpunkt unserer Körpermitte einrollen und stabilisieren. Der untere Rücken wird lang, die Bauchdecke tonisiert. Der Beckenboden ein ganz sanftes, geschlossenes Gefühl. Einen imaginären Reißverschluss der Hose hochziehen. Und aus all dem Halt und der Kraft umso leichter aus dieser Basis nach oben aufrichten. Genüsslich den Oberkörper nach oben räkeln. Innerlich wachsen. Die äußeren Flanken strecken. Den Brustkorb leicht erfahren. Die Schultern in der Anstrengung lösen. Auf dem Brustkorb ablegen. Jetzt die Ellenbogen nach hinten zueinander ziehen. Und so wie wir das erfahren, so ziehen die Schulterblätter sich zusammen. Wir erfahren Kraft zwischen den Schulterblättern. Erfahren Halt und Struktur. Saugen die unteren Spitzen der Schulterblätter langsam in den Rücken hinein. Verankern sie dort. Integrieren sie dort. Verbinden sie mit dem gesamten strukturellen Bereich der Rückseite des Brustkorbs. Und beginnen dann daraus in der Vorderseite uns nach vorn und nach oben zu öffnen mit dem Herzen. Es ist die Rückseite, die uns Halt gibt. Der wir vertrauen. Mit der wir verbunden sind. Und es ist die Vorderseite, die sich aus dieser rückseitigen Erfahrung nach vorn und nach oben öffnen kann. Und hierhin atmet es. Es streichelt um unser Herz. In der Gewissheit, dass wir in die Weite gehen können. Dass wir weiter gehen können, als wir uns das selbst möglicherweise zutrauen. In dieser Gewissheit und mit der Sicherheit uns darauf einlassen zu dürfen, gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Eigentlich weiter, als wir das manchmal selbst gedacht oder geplant haben. Finden jetzt mit der rechten Hand einen stabilen Haltepunkt in der Rückseite. Am Becken oder am unteren Rücken. Und lehnen die linke Hand an den Hinterkopf. In dieses Handkissen darf der Kopf sich jetzt umso sanfter und geborgener nach hinten hineinlegen. Nun das rechte Knie langsam beugen. Ganz bedacht das Becken nach vorn hinein sinken lassen. Und so wie jetzt das Becken nach vorn eintaucht, so erfahren wir weitere Möglichkeiten. Wir können uns jetzt umso weicher nach hinten anlehnen. Wir können uns in den Schulterblättern getragen fühlen, die aus ihrer Kraft uns nach oben schieben, die uns hoch tragen. Und so wie sie das tun, so kann der Blick sich nach oben erheben oder sogar nach hinten hoch. Wir lassen es zu, bedenken nichts, erfahren uns, genießen es, atmen in diese Erfahrung hinein. Lassen das Herz freudig lächeln. Erfahren noch einen tiefen Einatmzug und kommen umso beseelter langsam wieder zurück nach oben. Wir richten uns auf, bringen die Hände zurück an den Oberschenkel, verneigen uns sanft nach vorn. Wir finden mit den Händen Halt zur Erde, schieben uns von dort zurück in den abwärtsschauenden Hund und nehmen dieses wunderbare, leichte Gefühl mit in die Bewegungspraxis. Räkeln uns, wachsen in uns und an uns und an den Möglichkeiten und geben uns ihnen ganz vertraut hin. Atmen einmal tief ein und ganz tief aus. Einmal tief einatmen, die Rückseite auffächern und tief ausatmen nach unten. Jetzt den Blick nach vorn wenden zu den Händen, die Knie beugen. Überlegen, ob es gutes Schritt für Schritt nach vorn zu kommen oder ob wir einen Sprung nach vorn wagen dürfen. Diesen Schritt oder diesen Sprung zu gehen in die halbe Vorbeuge nach vorn. Ardha Uttanasana, einatmend, ganz lang nach vorn ziehen, ausatmend, ganz genussvoll verbeugen in die ganze Vorbeuge. Uttanasana. Ein zweites Mal einatmend nach vorn strecken. Ausatmend nach unten verneigen. Auch für uns selbst, auch für den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben. Es atmen lassen. Und dann langsam in die Hocke kommen, das Gesäß etwas tiefer, den Oberkörper aufrichten, die Arme heben. Kraft nach unten geben mit den Füßen und aus dieser Kraft im Einatmen langsam nach oben ziehen, in den Stand. Ganz hoch wachsen und ausatmend die Hände an die Seite aufstellen. Wir bereiten uns hier in eine kleine Sequenz im Stehen vor. Uns erwartet zunächst Uttva Ardha Danurasana, der halbe aufwärts strebende Bogen. Es braucht mit dem rechten Fuß jetzt eine gute Erdung nach unten. Den rechten Fuß wahrnehmen, seine Auflageflächen fühlen, die Fersen, die Außenkante und den Zehenballenbereich. Den Großzehenballen besonders gut erden, die Zehen entspannen. Gewicht nach rechts verlagern. Die Muskulatur des rechten Beines hochziehen Richtung Gesäß und über die Knochen des rechten Beines und die Fußknochen zurückschieben in die Erde. Das linke Knie langsam beugen, die Ferse langsam lösen und jetzt zum Gesäß ziehen. Einmal im rechten Bein Halt ergründen, mit der linken Hand den Fußspann greifen, die rechte Hand dazu nehmen. Beide Hände ergreifen den Fuß, die Zehen des linken Fußes aufgefächert. Die Schultern zurückziehen. Mit Nachdruck den rechten Fuß nach unten schieben, über die Krone nach oben wachsen und jetzt den linken Fuß kraftvoller gegen den Widerstand der Hände nach hinten wegschieben. Der Abstand zwischen der Ferse und dem Becken vergrößert sich. Beide Arme ziehen nach hinten, beide Schultern schieben zurück und es öffnet sich die Vorderseite. Wir atmen in diesen Raum nach vorn, nach vorn hoch. Lassen das Herz aufgehen und kommen aus Udva-Ardadanurasana mit dem Becken und der Ferse wieder näher. Ziehen den Fuß also zum Gesäß heran, belassen die linke Hand am Fuß, streben mit dem rechten Arm nach oben, strecken die gesamte rechte Seite, geben ihr Weite, geben ihr Größe. Drücken jetzt erneut den linken Fuß gegen die linke Hand und schieben den Fuß gegen den Widerstand nach hinten. Und hier entfaltet sich Natarajasana, der Tänzer. Aus der Kraft der Rückseite, die uns strukturiert, weitet sich die Vorderseite. Wir kippen das Becken etwas nach vorn und richten uns mit dem Oberkörper nach vorn hoch, bringen den Blick nach vorn, ganz klar, ganz fokussiert, ganz zentriert. Atmen es und lösen wieder auf, führen den Fuß zurück zum Gesäß, richten den Oberkörper auf, bringen die rechte Hand zurück und ziehen das linke Knie nach vorn, greifen es, umarmen es mit beiden Händen. Ziehen es nahe zu uns heran, zu Janudvajijasana, atmen nach oben ein, werden leicht im Brustkorb, schweben zwischen den Schultern hoch und atmen aus und senken den linken Fuß zurück zur Erde. Kommen an in Tadasana im Stand, atmen hier tief durch, erfahren die Strukturen unseres Körpers. Erfahren die linke Seite, erfahren die rechte Seite, die Rückseite, die Vorderseite. Erfahren den inneren Raum, den wir atmen und schenken in der Symmetrie der zweiten Seite die gleiche Erfahrung. Dafür verlagert sich der linke Fuß mit mehr Nachdruck in die Erde. Gewicht strebt in die linke Seite. Wir ziehen die Muskulatur des linken Beines hoch zum Becken, ziehen die Kniescheibe hoch und drücken die Knochen des linken Fußes bedacht und mit Kraft in die Erde nach unten. Der rechte Fuß hat weniger Gewicht, der linke Fuß ist belastet über die Ferse, über seine lange Außenkante, über den Zehenballenbereich und auch der große Zehenballen integriert nach unten. Einmal die Aufmerksamkeit zum rechten Fuß, das rechte Bein, das Knie beugen und so wie wir es beugen, so löst sich die rechte Ferse von der Unterlage. Wir ziehen die Ferse zum Gesäß, greifen langsam mit der rechten Hand den Fuß, nehmen die linke Hand dazu, ziehen beide Schultern zurück. Und streben mit dem rechten Fuß gegen einen sanften Widerstand der Hände nach hinten. Es spannt sich an Bogen in der Vorderseite, an Bogen zwischen dem rechten Knie, dem Oberschenkel, der Bauchdecke, dem Brustkorb nach oben. Und es zentriert sich die Rückseite. Vergessen nicht nach oben zu streben und die Basis nach unten nicht zu verlieren. Atmen noch einmal in die Vorderseite, tragen unser Herz dabei ganz besielt nach oben und führen die rechte Ferse zurück zum Gesäß. Belassen die rechte Hand am Fuß, lösen die linke Hand und streben mit ihr über die Größe der linken Seite nach oben. Wir wachsen in die Räume der linken Seite, drücken den Fuß nach unten, streben über die Fingerspitzen hoch, dehnen uns aus, strecken uns in die Welt. Und für die zweite Seite von Natarajasana, die zweite Seite des Tänzers, den rechten Fuß wieder gegen den Widerstand der Hand nach hinten schieben. Den Abstand zum Gesäß vergrößern, den Zug am rechten Arm spüren, an der rechten Schulter, die gesamte Rückseite als kraftvolle Struktur nutzen. Und jetzt langsam, aus den Hüftgelenken heraus, das Becken etwas nach vorn auskippen. Und so wie wir es nach vorn auskippen, so öffnet sich der Oberkörper nach vorn hoch. Er richtet sich auf, er trägt unser Herz nach vorn, trägt den Blick nach vorn in die Weite. Der Blick gibt uns Halt und Klarheit und einen Fokus. Die Atmung trägt uns zurück nach innen, trägt uns in die Vorderseite, die wir beatmen, die wir aufgehen lassen. Er trägt uns auch in die Rückseite, die sich strukturiert, die sich definiert. Nach ein neues dort hineinatmen, diesen Bogen weiter öffnen und langsam zurückkehren, den Oberkörper aufrichten. Rechten Fuß wieder an das Gesäß. Jetzt den Griff lösen, das rechte Knie langsam nach vorn. Hier beide Hände zum Knie, es dankbar umarmen, den Fuß noch einmal kraftvoll erden, von dort nach oben streben, den Brustkorb leicht machen, die Schultern genüsslich ablegen auf dem Brustkorb. Nach oben einatmen, noch leichter, noch freier werden und im Ausatmen den rechten Fuß wieder aufstellen, zu Tadasana, zum Stand. Hier ankommen, die Augen schließen und die Aufmerksamkeit und den Blick nach innen wenden. Ich würde dich einladen, die Hände für einen Moment auf das Herz zu legen. Es zu spüren, den Puls des Lebens. Genüsslich in diesen Lebensfluss atmen. Das Herz auch einmal visualisieren, wie es zwischen den beiden Lungenflügeln umarmt und eingebettet ruht, behütet von den Rippenbögen des Oberkörpers. Firmlich zu fühlen, wie mit jedem Einatmen sich die Lungen ausdehnen, sich um das Herz herum schmiegen, das Herz innerlich umarmen, wenn wir einatmen. Lass liebevoll drücken und im Ausatmen spüren, wie die Lungen sich zurückziehen und dem Herz einen inneren Raum geben, in dem es leuchtet. Und in diesem beseelten Kontakt zum Herz die Hände zurückbringen nach unten. Mit einem tiefen Durchatmen die Augen wieder öffnen. Ich möchte dich hier in die Rückenlage bitten. Und bevor du dich wirklich dort ablegst, braucht es noch einmal die Decke, die wir jetzt zu einer Rolle umformieren. Die Deckenrolle, wenn sie entstanden ist, in den Griff weiter ablegen und dann in die Rückenlage wechseln. Und hier, wenn du in der Rückenlage angekommen bist, die Beine ganz lang ablegen, die Arme nach hinten ablegen. Einatmend ausstrecken, aus der Mitte des Körpers in die Größe wachsen, in all die Größe, die jetzt möglich ist. Ausatmend entspannen. Ein zweites Mal einatmend aus der Mitte des Körpers in den Oberkörper, über die Arme, über die Finger wachsen. Ausatmend entspannen. Einatmend aus der Mitte in die Beine wachsen, die Füße ausstrecken, über die Zehen nach vorn schieben. Ausatmend entspannen. Und jetzt alles zueinander, einatmend aus der Mitte wachsen, über die Fingerspitzen und die Fußszenen noch größer werden, über den Körper hinaus strecken. Ausatmend ganz genüsslich in diese Größe loslassen. Ein Fuß nach dem anderen aufstellen und die Knie umarmen. Zu Apanasana. Eine sehr wunderbare, sehr tiefe Umarmung. Eine Umarmung, die uns dankbar sein lässt, für das, was wir in dieser Yoga-Praxis uns schenkten. Und immer noch schenkten. Dankbar für das, was schon hinter uns liegt. Und offen zu sein für das, was noch auf uns wartet. Und diese Dankbarkeit und dieses umarmte Gefühl annehmen. Es bewahren und die Füße aufstellen. Ich möchte dich einladen, die Arme ganz weit nach außen abzulegen. Ganz weit in die Räume neben dir. Dort die Arme ausgebreitet ankommen lassen. Die Füße weiter als Hüftebreit nach außen zu öffnen. Deutlich weiter nach außen. Kraft mit den Füßen in die Erde zu geben. Dadurch zu erfahren, dass das Becken leicht wird und das Becken ungefähr eine halbe Breite nach rechts versetzen und dort wieder aufsetzen. Jetzt die Knie ganz sanft und in Ruhe nach links fließen lassen. Den Kopf etwas nach links versetzen und dann nach rechts wenden. Ausatmend in diese Drehung eintauchen. Alle Anstrengung und Anspannung loslassen. Nichts Besonderes jetzt wollen, nichts tun müssen. Und offen zu sein, sich diesem Asana und der Ruhe hinzugeben. Tief einatmen. Und genüsslich ausatmen. Den Atem fließen lassen. Wenn der Wunsch entsteht, diesen Drehaspekt zu vertiefen, dann dürfte der linke Fuß sich ohne besonderen Druck oder Kraft auf das rechte Knie auflegen. Noch einmal durchatmen. Und dann langsam den Weg zurückgehen. Mit dem Becken wieder in der Mitte ankommen. Den Kopf zurückdrehen zur Mitte. Und jetzt das Becken eine halbe Breite nach links orientieren. Wenn es das getan ist, dann die Knie nach rechts schmelzen zu lassen. Den Kopf ein Stück nach rechts versetzen. Und dann ganz sanft nach links wenden. Und hier eintauchen. Es genüsslicher und bequemer werden lassen. Und sich dem hingeben. Es geschehen lassen. Der Atmung lauschen. Atemräume spüren. Und sich ihnen öffnen. Und wenn es mehr werden dürfte, dann dürfte der rechte Fuß sich auf dem linken Knie aufstellen. Und wenn es mehr werden dürfte, dann dürfte der rechte Fuß sich auf dem linken Knie aufstellen. Noch einmal in die Atemräume hineinfließen. Und dann bedacht und ruhig zurückkommen zur Mitte. Die Knie wieder zurück. Das Becken zurück. Den Kopf zurück wenden in seine Mitte. Die Füße wieder zueinander bringen. Und nun braucht es die Deckenrolle. Wir werden Shavasana auf der Decke erfahren. Dafür können zwei Möglichkeiten entstehen. Die erste Möglichkeit einer intensiven Rückbeuge wäre es, die Deckenrolle quer unter die Schulterblätter zu positionieren. Die zweite Möglichkeit wäre, die Rolle längs unter den Körper zu positionieren. sich mit dem Becken am unteren Ende der Deckenrolle aufzusetzen und sich dann mit dem Rücken darüber hinweg zu legen. Wenn der Kopf mit auf die Decke passt, dann gäbe es die Möglichkeit, hier sein zu dürfen. Ansonsten die Option einer Unterlage eines Kopfkissens. Diese Deckenrolle unter der Wirbelsäule schafft uns eine sanfte Öffnung in der Vorderseite. Die Deckenrolle quer unter den Schulterblättern eine intensive Rückbeuge, in die wir eintauchen dürfen. Und wenn du jetzt deine Lieblingsposition gefunden hast, dann entsteht die Möglichkeit, hier anzukommen. Es bequem werden zu lassen. Einmal tief einatmen, nach oben leicht werden und frei. Und ausatmend alle Anspannung abzugeben in die Erde. Tief ein und tief aus. Diesen Moment zu genießen. Tief ein Tief ein Vielen Dank. 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 Dann die Aufmerksamkeit langsam wieder zur Atmung zu bringen. Tiefer zu atmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die Aufmerksamkeit. Und das Atmen. Und schenkt uns schenkt. Und dabei atmen. Und das ganz natürlich weiter. Und die Aufmerksamkeit. 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 das 선. Und die Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit. unter uns und es fließt natürlich weiter. Es ist kein Wollen, sondern die Hingabe des Beobachtens, die Offenheit für das, was die Atmung uns schenkt, Wachstum und Einkehr. Entdecken auch die Übergänge, die Wendepunkte der Atmung, den Wendepunkt in der Einatempfülle, und jenen in der Ausatemlehre betrachten diese Wendepunkte und tauchen für einen Augenblick dort hinein. Ergründen, ob das ein fließender Übergang ist oder ein Übergang einer sanften, inneren Ruhe, wenn in diesem Wendepunkt ein winziger Augenblick eines Innehaltens entsteht. Eines tiefen Eintauchens in die innere Ruhe. In das Sein. Und das erleben wir im natürlichen Atemfluss weiter. In das Sein. 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 und in den Wendepunkt der Ausatmung. Dieser Weg befreit uns und löst uns von dem, was geschehen ist, von dem, was hinter uns liegt. Und dieser Wendepunkt erschafft das Neue. Er erschafft die Einatmung. Und auf dem Weg der Einatmung hoch in diesen Wendepunkt der Atemfülle. Wenn wir einatmen, dann öffnet uns diese Einatmung in das, was vor uns liegt. Wir öffnen uns dem, was vor uns liegt und sind bereit für das, was uns erwartet. Und ich möchte dich einladen, diese Stunde gemeinsam zu beenden. Gelöst von dem, was hinter uns liegt. Bereit für das, was uns erwartet. Bitte dich, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Und ganz bewusst wieder in den Raum des Herzens einzutauchen. In diese herzliche Güte, die uns das Herz sendet. Hier wieder auszuatmen. Die Verbundenheit der Hände zu spüren. Einatmen, es zu lösen. Die Arme in einem weiten, ausladenden Bogen in die Welt öffnen. Auch nach oben zum Himmel. Dort ausatmen, die Hände zueinander zu bringen. Zur Stirn, zum Mund, zum Herz. Einatmen, wieder in der Welt öffnen. Ein großer Bogen nach oben. Ein umarmen. Ausatmen, es zurücktragen zum Herz. Hier sein. Und sich vor dem eigenen Herz zu verbeugen. Dankbar zu sein. Und offen zu sein für die Wege, die wir aus dieser Stunde geschlossen haben. Und für das, was uns jetzt ganz individuell erwartet an diesem Tag. Und sich wieder aufrichten und die Augen öffnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.